Hier bei uns im Schloss stehen zwei steinerne Wächter vor dem Tor. Diese beiden werden jede Nacht um Mitternacht lebendig. Und der von rechts, der geht auf die linke Seite. Und der von links geht auf die rechte Seite. Und um ein Uhr kehren sie wieder an ihre alten Plätze zurück. Sehen kann das aber nur derjenige. Das sage ich euch erst, wenn ihr auf unsere Führung kommt. Büdingen bei Nacht, Stadtführung. Hier in Büdingen. Komm.